Es gibt ja jetzt Videos von Leuten, die sagen, guck mal, wie hässlich ich beleidigt worden bin. Da ist man gar nicht mehr betroffen, dass man so eine hässliche Beleidigung, sondern seht her, was für blöde Leute das wieder gibt, die mir sowas schreiben. Da ist gar nicht so eine tiefe Betroffensein über diese Schlechtigkeit von diesen Menschen da, sondern es wird fast wie ein Denkmal dann enthüllt, guck mal, was die mir für dummes Zeug schreiben. Also es ist im Grunde, weiß ich nicht, ist das so eine Art Spielzeug mit diesen Headmails da rumzumachen. Ich studiere auch mit vorliebender Fußballmannschaften, wo es ja immer so auch kracht. Also irgendeine Zeitung schreibt, ich glaube, der will wechseln und dann wird er wieder gefragt, Reinführung, dann kracht immer gleich. Und es ist halt zunehmend schwierig, mit solchen Dingen umzugehen. Und wir sind kommunikatorisch irgendwo viel stärker gefragt, müssen viel höhere Kompetenzen da haben. Die sind einfach nicht da. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, wir sollen alle nett sein. Das muss man ja üben. Die sind kommunikatorisch dann, die jetzt so missmachen. Im Internet sind ja kommunikatorisch auch im Betrieb irgendwo nicht so einfache Menschen. Und Kommunikation ist kein Schulfach. Das ist nicht Gegenstand der Erziehung. Wir sollen, wie Predige ja auch immer, wir sollen im Grunde in der Schule keine Baustelle machen. Und das Hauptattitüde, die von dem Deutschen verlangt wird, ist Zuverlässigkeit. Also wenn es ein Wort gibt, was wir sein sollen, dann zuverlässig. Und diese Sache, so etwas wie Konfliktbereitschaft oder Konfliktdeeskalation und so weiter, das lernt man eigentlich nicht. Da wird nur gesagt, seid artig. Man muss nicht als Sigmar Gabriel dann Pack zu denen da sagen. Man sieht ja, was dabei rauskommt. Sie machen jetzt Demonstrationen und sagen, wir sind das Pack, wir sind das Pack. Dann hat er ihnen einen schönen Slogan beschert, wo man auch richtig wütend sein kann, weil das Wort ja sehr verletzt. Ich versuche halt, also ich weiß nicht, ich habe einen Kalenderspruch schreiben müssen letztes Jahr zu Weihnachten. Und da habe ich abgegeben als Spruch, liebe den Fremden wie dich selbst und sage nicht Pack zu deinem Nächsten. Ich wollte einfach sagen, dass man nicht sagen kann, jeder der herkommt, warum auch immer, ist Freund. Und die 20 Prozent, die irgendwo AfD-tolerant sind oder unempfindlich oder sogar Fan, das sind keine Menschen. Und unsere christliche Kultur sieht das ja auch irgendwie anders. Und man muss das nicht immer eskalieren. Und das findet dauernd statt. Also praktisch, es finden Meta-Eskalationsgespräche statt. Wir eskalieren die Frage, ob man es eskalieren sollte. Und eskalieren ist immer weiter. Und irgendwo muss dieser Teufelskreis mal unterbrochen werden. Und ich mache bei diesem Eskalieren nicht mit. Man muss auf die Argumente nicht eingehen. Kommunikatorisch würde man sagen, uiuiui schreiben. Also uiuiui, du bist witzig. Mehr muss man nicht schreiben, nicht auf die Argumente eingehen, dann ist ja Eskalation. Sagen wir mal, uiuiui, du kannst aber schön. Oder irgendwas so halbwegs Nettes zu sagen, zu sagen, hast du jetzt deinen Beitrag geleistet, aber wir ignorieren ihn. Oder ist schwer zu sagen. Also bei mir auf der Webseite sind eher weniger von der Art. Ist vielleicht dann ne Filterblase, wo so die Bessergesondenen sind. Es hat auch schon Beleidigungen gegeben. Also ich hab jetzt, ich kann die aber zählen, also an einer Hand. Und ich hab dann auch immer geantwortet. Also mich wühlt das dann doch schon ein bisschen auf. Dann schreiben welche so, weiß ich nicht, war so, der und der hat einen guten Vortrag gehalten. Dann hat einer gesagt, 2001 hab ich ihn gesehen, zugegeben lange her. Und da ist ja selbst aufgeblasener Affe, der sich für den innovativsten Menschen hält oder sowas. Und dann hab ich einfach geantwortet, so, erst mal ist mein Typ, dann hab ich sowas wie geantwortet, also 2000, das ist echt lange her und da sollte ich mal die neueren Videos angucken. Ich habe mich bemüht, mich zu bessern. Irgendwie, dass man so begütigt, ich hab's zur Kenntnis genommen. Ich versuch's so. Es gibt ein großes Unverständnis über diese ganzen Mechanismen der Gesellschaft. Und deswegen kommt ja diese Eskalation. Ja, also auch in Firmen, wo das sehr viel kleiner ist, oder in engeren Bildungssystemen wird immer gesagt, was ist das für eine Scheißfirma in der, also immer dasselbe. Was, das darf doch nicht wahr sein, das kann's doch nicht sein. Also, so fast ein Erstaunen, dass da Phänomene sind, die man für absolut unmöglich hält. Die kann man aber oft erklären. Also, warum das genau so ist. Also, warum sagt der Chef jetzt das und das? Und dann sagt man, der ist getrieben dadurch, 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 das, das, das. Und es ist schwierig, dann was anderes zu sagen. Man sagt, der will's aber nicht. Oder warum werde ich nicht befördert? Und dann kann man da, das, 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 das. Und die Erfahrung ist immer, dass die Leute das ganze System nicht so richtig verstehen. Also, praktisch immer nur Teile davon und die hacken aufeinander los. Und das hat wenig mit Demokratie zu tun. Die schweben alle in ihren einzelnen Bereichen. Es wäre so, man muss jetzt viel mehr Aufklärung haben als früher. Also, Aufklärung würde bedeuten, jeder kommt an das Wissen ran. Jetzt wäre es aber besser, jetzt haben wir das Wissen, aber jetzt müsste es jeder mal verstehen. Und im Grunde hacken immer so Partialbereiche aufeinander rum. Das sieht man ja auch so in geschlossenen Systemen wie Firmen, wo sie sagen, die Towers bekämpfen sich oder sowas. Da ist die ganze, da ist die Eskalation auf einem viel kleineren Gefechtsfeld. Ja, und die breitet sich jetzt in der Gesellschaft für eine Zeit lang aus. Man weiß gar nicht, wie lange die Kommentarspalten noch dran sind. Ja, und das ist die ganze Zeit lang.